ja ich kann das nicht leiden so hinterher hoffentlich klappt das komm schon so jetzt geht es wieder ich habe das Gefühl ich treffe nichts mehr vorhin habe ich echt gut getroffen ist gar nicht mehr liegt es am Server ja das ist krass liegt am Server oh mein Gott und der mich erschießt er Leute Leute es ist echt strange in Panik hier bist du wieder da Maurice 3 Sekunden ich lade schon die Map ich bin wieder oh ja ich bin wieder ich bin wieder da Doppelflinte. Ich freu mich auf Doom, wenn ich diese Doppelflinte seh. Und wie viel Geld haben wir? Oh fuck. 105. Aber gleich mehr. Weil der Eddy wieder rennt wie so ein kleiner Mann. Wie die Gonzales. Yes. Jeder tut was er kann und trägt seinen Teil dazu bei. Eddy kann halt laufen. Kann laufen, genau. Aber das kann ich nicht. Die kommen rechts von der Straße aus, glaube ich. Ganz viel mehr. Ja, gib dem einen Header. Noch nicht mal. Ja, ich muss 10 Sekunden warten bis die... Scheiß Ding hier. Das Ding da fliegt. Ja, brennen, brennen, das ist doch meine. Ach. Er stirbt nicht. Er ist nun gegen mein Fan. Oh, wer liegt denn wieder hier oben, wo cool auf dem Dach. Aha. Aha. Du bist jetzt nur ein Dachcamper geworden, ne? Boah, fuck. Ich bin jetzt erstens kündig gespielt. Ja, auf damit. Was? Wie ist der Manga von AC nochmal? Vergessen. Äh. Äh. Welcher Teil? Wie heißt er überall gleich? Die ersten. Ne, ich glaube, die ließen mal anders alle. Puh. Keine Ahnung, sag grüß mir. Keine Ahnung, sag grüß mir. Sorry, ich hab's nie wirklich gespielt. Black Flag hab ich gespielt, aber das war doch... Das war der Hammer. Wenn die Schiffe rumfahren, Wale fangen. Geil. Black Flag mal angemacht hat, aber mir auch nicht. Ich fand Black Flag jetzt auch nicht so... Ich hätte das ein bisschen... Das war einfach zu viel rum... Schiff rumgefahren, da hat er einfach genervt. Ja, das war's voll gut. Ich fand halt... Also eigentlich... Wir hätt nicht mal Street sein müssen, aber so Piraten spiel... Franch geil. Hm. Ach, manchmal hat man halt so... Phasen. Phasen? Ach. Zack. Cash abgegeben. Cash abgegeben. Wie haben wir denn 223? Super. Und von rechts von der Straße ausgreifen sahen. Jawoll. Oh ja. Baseballschläger. Ja. 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 Ich hätte keine Chance gehabt hier in der Ecke. Der hatte ich mit dem Baseballschläger nämlich. Ich hab ihn erwischt. Ganz böse. Oh, von links läuft einer durch zu unserem Geld. Wer will zu unserem Geld laufen? War ich Zuschauer, Maurice? Ja, zwei Stück. Wir hatten vorhin sogar mal sechs. Wieso? Alter, ich schieß nur daneben grad. Zwei Stück. Ich bin einfach so mega schlecht wie immer. Wer von euch hat sein iPad am Laufen? Wieso? Wieso? Ich hab alles an. Macbook, iPad, iPhone. Alles. Alles läuft mit. Hier sind wir grad einfach. Gold, Gold. Grad einer weniger. Du weiner. Komm besser hin, Jojo. Ja. Und Granate unter dir. Unter dir. Oh. Boah. Boah. Dahinter in der Mauer. Ganz viele. Warum bei dir, Eddie? Maurice, ich gebe dich auf am Boden. Danke, 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 danke. Oh, wir haben gewonnen. Oh. Da legt sich aber einer die Finger. War das so gut? Den hab ich nicht gedeckt. Nein? Nö. Du bist noch nicht fertig. Ach so. So schaut's aus. Ich bin auch lange nicht fällig. Ich hab deine Eltern auch einfach nur die Webcam wieder zu laut. Ja, ja. Wenigsten arbeiten die von zu Hause aus. Mhm. SkyFive hat heute einen Angriff auf die Polizei in der Federalen Bank. According zu Zahlen, die LAPD war im Mittwoch einer Aktuellen-Krise. Ja, wer kann, wer kann, ne? Oh, Bank. Hatten wir heute noch gar nicht. Hm. Das ist korrekt. Schon nicht schlecht. Ich nehm mal wieder eine Schrotflinte mit. Oh, die hab ich ja jetzt einen Gold. Die hab ich noch schon gehört. Die sind immer so richtig pervers. Hm, oh. Was da war? Was da war? Obwohl dieser Junge auch schon war. Aber einmal nehm ich dir ein Gold mit. Wo bist du? Oh, du bist so weit vorne. Wie bist du so schnell da hingekommen? Wo in die Hand? Hier ist schon offen. Ja, ich hab dir auch ne Hand, aber... Wieso ist hier schon offen? Ja, das ist nicht Überfall, das ist Blood Money. Ja, stimmt. Boah, von hinten. Links. Alter. What the fuck? Oh, schnell, ja. One more down. Wo geht der von hinten? Wo geht der von hinten? Hier geht wieder auf die Tür. Boah, mich hat ne Nate. Mich auch. Sonst hat die gleiche. Die SG-553 ist irgendwie geiler. Das Gefühl. Boah, keine Chance. 90. Ich komme mit der SG echt viel besser zurecht als mit anderen. Ah ja. Was ist mir los? Oh, wir letten aber euch. Die stehen scheiße. Das ist los. Bei mir darfst du so nicht spawnen, weil ich stehe sonst irgendwo. Spawn jetzt am spawnen ist mir so blöd. Los geht's hier. Bei mir darfst du nicht spawnen. Mach ich aber. Wir sind gleich an unserem Geld. Ich will aber nicht, dass du bei mir spawnst. Hör auf. Schau. 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 Wir sind gerade. Oh. Der ist auch irgendwo über die... Schau. Schau. Wir sind gerade... Schau. Ist sauber unser Geld. Aber die haben sich auch noch was geholt. Schau. Für sich. Oha. Hier draußen wurde aber jemand abgefangen. Das sieht keiner nicht aus wie los. Oh. Schrotze Bildschirm. Schrotze Bildschirm. Hier rechts in der Ecke ist ein Gegner. Ich freu mit dem aus. Du genau. Ich sterb gleich. Oh, die sind hier beim Geld. Okay. Klassiker. In der Schalterhalle. Zwei Stück. Ja. So. Von hinten. Von, äh. Von hinten. Aus der Lobby raus. Von hinten. Fuck. Ah, die machen echt Stress hier. Ich glaube, ich muss noch was anderes mitnehmen. Hm, wie denn? Oh, mein Gesicht. So, gucken wir uns das mal an hier. Hier ist nichts. Hm. So, grab, grab, grab. Die alle schön am grabben. Taschen voll machen. Oh. Hier vorne, einer war ein Tresor. Oh. Ja, ein Tresor ist einer drin. Ey, fuck, der haben wir noch zwei Stück. Es wird so blöd, immer auf 10 zu warten. Achtung, Nate. Oben auf dem Dach fängt uns einer ab. Ja, von uns. Ja, bin. Okay. Okay, 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 okay. Guck mal, wie ich jetzt da ans Geld komme am besten. Die ganz hinten rum. Alter, die. Es geht mir. Da ist es viel, viel besser als die M16-Mann. Ich bin jetzt auch nicht schiesse. Alter, was geht mit dem Rad, ey? Oh, mein Sohn. Wo ist der? Der ist auch nicht schiesse. Boah, auf den zwei Seiten. Ich bin zweimal. Wir könnten durchs Restaurant versuchen, den Tresor zu säubern. Sind die im Tresor drin? Ja. Achtung, da vorne war einer, Jojo. Äh, schmeißer den. Oh, ich hab ihn festgenommen. Uhu. Einmal alle Positionen. Komm schon, sprich auf! Wo sind die Leute? Wir mussten verhören, ne? Da kommt ein Dach aus und ein bisschen Gas machen. Wir mussten doch verhören. Oh, shit. Ich hab ihn nur festgenommen. Wie kann man festnehmen? Was hat der nicht eigentlich? Da durchgeführt. Jojo. Verhören musst du, wenn der auf dem Boden liegt. Wenn du den nicht tot durchschlagen hast. Dann musst du den X gedrückt halten oder so. Dann steht dann Verhören da. Und dann ist da wieder so ein Kreis. Und dann kriegst du alle Gegner angezeigt. Also einmal gesprungen. Okay, die sind irgendwo im Geld. Der eine hat hier echt dieses Wiederbelebniszeug dabei. Damit er wieder aufsteht, wenn er stirbt. Da liegt jetzt ordentlich Geld, glaub ich. Oh, komm. Der da oben oben da. Der Epica. Oh, ne, die stehen auf dem Kronleuchter. Ah, ja. Der Kronleuchter, ja, ja. Ja. Auch ein cooler Kronleuchter. Zwar kurz ne schöne Pussy, aber die sind gleich weg. Ja, eben. Das hält nicht lange. Da kannst du dir drei, vier Kills liegen und dann... Ja, und der Kronleuchter ist schon runtergefallen. Wir können auch gleich mal zu denen laufen. Ja, können wir machen, komm. Wir machen direkt bei denen Stress. Okay. Das Parkhaus. Du, das Parkhaus. Ja, wir müssen in Deckung bleiben. Ich will kurz nochmal die Lobby an. Das ist sauber. Ich bleib hier so ein bisschen auf der Seite von der Bank. Komm, ich habe hier eh gleich rausgelaufen. Fast. Okay, wir haben jetzt aber kein Geld gehabt. Jo, okay, okay. Ja, holt euch was. Einer gibt Deckung. Ja, ich bin hier draußen noch. Okay. Ja, das machen wir schnell leer oder? Boah, zang, 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 zang. Oh, hier kommt einer. Hier ist Geld. Oh, fuck. Ja. Komm, komm. Nur ein bisschen Deckung, Maurice. Ist eine Fosse-Granate. Komm, komm, raus. Komm, raus. Komm, raus. Komm, raus. Komm, raus. Irgendwie. Eddie, das ist die falsche Richtung. Eddie ist die falsche Richtung. Der hat eine Shotgun. Unser Tresor wird auch geblündert. Ja, weg, weg, weg. Hinter euch, Leute. Die sind bei uns am Geld. Oh, okay. Oh, fuck. Fuck. Da sind nicht viele bei uns, oder? Nee, da ist auch gerne rausgelaufen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der hat die Tasche voll gehabt, glaube ich. Eine. Der liegt hier auf dem Flur. Oh, oben sind wir hier. Oh, das war knapp. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay. This is fucking crazy. Huh? Oh, ich hab ihn. Schüsse an ihn. Bye. Zwischen hören. Fuck. Haha. Oh, man. Wie sieht's aus? Let's move, Officer. Danke, 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 danke. 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 Gerne. Check that, Officer. Move it, Officer. Move it, Officer. You're under arrest! You crashed over here! Fuck, was war's? Uh. Auf dem Dach, die gucken wieder auf uns. Da sind drei Stück. Pff, in der Lobby. Äh, auch beim roten Teppich da oben. Wisst ihr, wo der Rechte steht? Hat er echt nur zwei Geld gehabt? Die sind immer noch aufs Dach, ja, Tatsache. Ich geh mal hoch aufs Dach und klär das, ne? Oder soll ich euch Deckung geben? Ich weiß drauf, komm. Ja, gib Deckung. Auf ein bisschen Gas für die Deckung. Eddie, wie viel Geld hast du da wohl? Zwei, nur. Wenn man klaut, sieht's aus, als wärst du vollgepackt. Oh, nee. Eddie, sind leer. Alter, es ist ja nicht mehr viel Geld, was die haben. Okay, blinkt das einfach zurück. Boah, da kommt schon was hinten die Straße. Uh, Geld. Boah, das ist ganz zu viel Geld. Ich hab eine Rechte mit zu ärgern. Da kommt einer aus der Bank. Aus der Bank kam einer. Oh, fuck. Kommt einer aus der Wand. Auffassen aus der Wand. Aus der Wand? Aus der Wand. Die sind bei uns dran. Ja. Ist auch nicht. Mindestens zwei. Und ein Sniper, der den Dicken gibt hinter so'n Auto hier und hier. Hinter dem gelben Taxi. Da oben auf dem Dach sind drei snipen. Oh nee, nicht mehr. Hinter welchem Taxi? Hier war einer. Ah ja. Sind auch weg. Hinter meinem Restaurant ist noch was. Ja. Hm, komisch. Ich hab noch jemanden gemessert wieder. Oh mein Gott. Hey, du bist der neue King hier. Ich hab jetzt hier kein Geld auf, weil das viel mehr Spaß macht, damit abzufangen. Oh ja, die werden schon bei ihrem Spawn. Oh ja, die werden schon bei ihrem Spawn. Und der kämpft da. Oh nein. Okay. Danke, ich geh mal hoch aufs Dach. Ach man. Ich geh mal hoch aufs Dach. Volle Tasche. Nein, das wird nix. Boah, knapp. Das wird was. Ja. Zwei HP. Gleich hier passiert, ey. Hier auch. Ich fick bestimmt einer ab. Auf Jojo. Ja. Hoi. Hier ist noch einer. Und hier oben ist bestimmt auch noch einer. Ne. Noch nicht. Ne. Ha. Was ein Run. Hahaha. Ja. Hast du's geschafft. Freitief erwischt mit zwei HP. Zehn Geld abgegeben. Hahaha. Sehr gut. Ich hab unseren Dieb geschnappt vom Tresor. Sehr nice. Ich hab ihn auch gesehen da hinten. Ja. Ja. Oh, cool. Wenn ich keine haben will. Dann bin ich immer den Spahn hier. Uh. Die sind beim Parkhaus oben drauf. Ich hab immer wieder ein paar Kraladen gebrauen. Oh, was wollen die denn da rein? Also wenn ihr Geld aufnehmen wollt, macht das jetzt. Das geht sau schnell. Ja, ich spawne da. Dann hebe ich auch noch welches auf. Tschüss. Mann. Mann. Okay, hier in der Schalterhalle kommen noch welche. Der lebt noch. Fuck. Alter. Der schießt wie viel auf nur der Säger drauf. Die fangen uns ab. Bei unserem Tresor. Ja. Warte, warte. Komm mal. Im Floh. Links auf der Straße. Direkt neben am Tresor ist auch noch was. Ja. Wir haben keine Kurs gehabt. Das haben sie versucht. Uuuuh. Renommierter Mechaniker. Renommierter Mechaniker. Wir müssen das Dach mal frei halten. Äh. Ja, wir gehen mal aufs Dach. Komm. Ja, wir gehen mal aufs Dach. Ja, drei Leute von uns. Ein paar Stück. Und links ist mir da auch wieder einer. Baaam. Ne, liegt's mir nicht. Hinter uns. Wie hinter uns? Da ist nichts. Von hinten hab ich Schüsse bekommen. Oh, doch. Ja. Danke. Ne, lass mir gehen. Da ist noch einer. Oh, da ist noch was? Links? Ja, aber ganz, beim Parkhaus. Ganz weit hinten. Okay. Komm, wir holen uns in der Mitte wieder Geld. Pfff. Dann gewinnen wir das so, wenn ihr beim Parkhaus chillt. So einfach macht man des. Boah, ihr Piki, Motherfucker. Boah, hier ist keine Tür mehr. Oh, ja, Stufe 4 erreicht. Du Scheiße. Was hast du gekillt? Was hast du gekillt? Was hast du gekillt? Mich fast selber, wegen dem Molotow-Cocktail. So. Hat jemand in seine Fresse geworfen und der stand genau vor mir. Okay. Sack. Geld wieder abgegeben. Und wieder rein. Oh ja. Die er voll machen, ne? Wo sie denn? Weil, auf dem Parkhaus schätze ich, weil... Ja. Hier kommt jetzt auch so schnell keiner mehr rein. Ja. Ja. Die haben wir Munition. Die haben wir gerade im Deck. Ja. Schon wieder volle Tasche. Ja klar, müssen wir Leute aufheben, ne? Uh. Uh. Links ist einer. Vor links vom Restaurant. Ja. Oder von oben. Von oben. Oben. Boah, der hat nicht mehr viel. Boah, gab's schon mal. Ja, erstes Geld weg. Da ist noch einer. Ab ihn. Uh. Zwei Leute. Da kommt noch ein Geld-Carrier. Oh, das könnte schon gewesen sein, ne? Na, der fehlt noch. Da sind jetzt welche beim Geld. Beim Geld. Ich hab's nicht gesehen. Jo, einfach einen. Jawoll. Ich fuhl mir die hier auf der Straße. Da sind noch keiner. Ist der Anderer? Oh. Oh. Thanks. Zehn Dollar brauchen wir noch. Komm. Nehmen wir. Das ist nicht die Hilfe. Sam. Oh. Achtung. Auf der Straße links, wenn ihr rauskommt. Liegt einer im Prinzip. Na. Ich geh doch wieder zurück. Okay, ich bring acht Geld weg. Zwei brauchen wir noch. Zwei brauchen wir noch. Okay. Oha. Unser ganzes Geld weg. Das Team geht jetzt drauf. Vom Dach wieder Sniper. Bin unterwegs. Okay, nice. Okay. Zwei. Dollar. Auf. Zwei Dollar. Den hab ich dir gelassen. Nice. Zauber. Zwei Dollar. We got three. gold. 2 Dollar. Oder mindestens. Ich hove, mindestens zwei. Ah! hur-hur-hur-hur'. Aachen sind 50. die haben wir gefickt vielleicht vielleicht haben wir noch Zuschauer überhaupt Einmal wir hatten eben wieder zwischendurch mal fünf Geht die Halsfugen runter Ich weiß nicht Was wir zahlen Ja, begrüßt unseren Zuschauer Sag mal, vielleicht ist er Hallo, Autoschutrager Hallo, ihr Vollidioten Hallo, Hello, Guy Jetzt ist er gleich weg Oder es sei denn Learning English With Battlefield Hardline Wir entschuldigen uns Wir entschuldigen uns für Eddie's Blitz Wir entschuldigen uns für Eddie's Kommentare, aber er wurde an dem Tag Geboren und dem Gott gesagt hat, heute erzähle ich der Welt Was Satire ist Der war nicht so sonderlich gut Aber, okay Boah, lass mich mitfahren, bitte Oh, geht das? Doch, geht Hi, Eddie Hi Hey, die Idee Wolltest du da hinzufahren? Ja Einfach rücklaufen Ich bin irre Oh, Helis, aufpassen Du bist schon dabei Du gehst ja gleich mit Power, du Wo ist er denn? Okay, die meiste, die gar nicht Bam, bam bam, unser Zuschauer ist wieder zurück Das ist ein Neuer Hallo Hallo, hallo Hallo Jetzt geht er weiter weg Die haben einen Oh, wir alle Hallo, mein Zuschauer Oh Mann Wie meins der Eddie ist Ich versteh das nicht Ich nix feststellen Eddie Ich nix feststellen Was ist das? Nein Hatte ich mir schon euch einen Granatenwerfer? Vorne oben oder so Glock 18 Innen mit dem Sniper Danke Auf Ich muss mir auch mal Geld auf Na, der Truck von denen ist leer Ah, Heli Oh, die Tür hier oben zu erstmal Wo bist du denn? Hier die Oben auf die Barriere Geld auf Die kommen von unten jetzt hier Da ist einer gestorben Ach, noch eins Ich brauch noch eins Komm schon, ein Schein Oh, ne, falscher Heli Fuck Ich hoffe, das ist nicht sabotiert Keiner für uns Geld Ich hab Geld Ich bring jetzt 10 Dollar ein 10.000 Sag mal, hier ist die UMP 9 stärker als die Die UMP 9 oder die UMP 45 40, genau Jo, ich hab ne Karre Ne coole Karre Warte, ich hock auf der linken Seite Ist klar Ich guck mal was ich finde Unser Zuschauer ist direkt Ich war zu langweilig Oder ich war zu langweilig Ich hab einfach nicht gekriegt mit dem Spiel Ich hab nur rumgecampt wieder den ganzen Ja Ja Wetten Siehst du was noch? Das ist sicher nichts Nö Oh, hier ist der Spawntruck von denen hier Ja Nee Wenn jemand einen Vanatenwerfer hat Direkt vor dem Geld Äh, Haus Oh ja Okay, warte EPSO Ich muss hier kurz ausführen Geh mal Richtung Spawn Geh mal Richtung Spawn Nee, ne Seilrutsche Wir haben ne Seilrutsche Wir haben ne Seilrutsche Heli Boah, wer fliegt? Oder nicht wie der Heli Der Fluss Pilot Und der Judo schießt Und du bist du Pilot Boah, raus, raus, raus Hau la la Irgendwer snipet auf mich wie so Behinderte Hä? Äh, wo wart ihr? Da oben auf dem Dach ist noch einer Da hinten Ich habe dich jetzt Hau laest das Hau laest das Ich hab dich jetzt Wenn ich keine Granatenwerfer Mit kein Granatenwerfer Oder Die Oh, da hinten ist er Ist leer Und jetzt werde ich besniped. Warum kommt das ganze Zeug her? Draußen von draußen. Weiß nicht, aber haben wir eine Seilrutsche auf dem Dach? Weiß es noch nicht. Ich habe eine Seilrutsche. Nein! Ich muss weggesnipen. Bleib hier, dann kannst du hier spawnen. Ganz hinten in den Felsen. Die hole ich mir. Wo ist ich? Komm zu dir. Hier liegt noch dein Geld. Ja. Die fahren jetzt mit dem Auto zu uns. Boah, fuck von ihm. Bei welchen Felsen sind die? Bei A? Bei der oberen A? Boah, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube ja, wenn man dasselbe. bei einem Maske. Ich habe ihn gut angehittet. Der läuft jetzt davon. Da sind die andere auch. Boah, da sind ganz viele. Oh, da sind zu viele. Die kriegen mich nicht. Die kriegen mich nicht. Einen habe ich. Schön. Einen anderen. Oha! Oben nochmal. Noch einen. Einen. Einen anderen auch. Die sind weg. Da waren zwei Stücke. Die sind schon weg alle. Die sind weg. Hää? Nice, 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 nice. Nur kurz die Energie. Hör. Oha, ich bin so im Glück. Yay! So, wo ist denn der Heli von denen? So oben auf dem Dach war einer. Da. Markiert. Machen wir die Zipline kaputt. Die sind so gemein. Fuck. Die ist hier oben an der Mauer. Merketau. Habe ich ihn. Habe ich ihn. Boah. Richtung bei uns am... Oh, zwei Stück gehen zu unserem... Ja, ja. Hey, Lasermine. Einer liegt noch. Ich hab schon gedacht, wer hat die da so gut hingelegt. Das kann ja nur der Yuval gewesen sein. Der alte Fuß. Ich bleibe mal hier. Dann fallen wir mal an den Schienen. Panzer-Truck hier raus. Boah, da ist einer. Boah, fuck, sag mir nur. Oh, fuck, sag mir nur. Der Spawn-Truck von denen habe ich... Der ist bei uns, oder? Ja, ja. Und der Panzer-Truck von denen ist auch hier. Gibt's noch einen Panzer-Truck. Wollen wir mal zurück, kann die bei der Munition rausnehmen. Der brennt. Und der Panzer-Truck von denen ist so dumm, um mich anzugreifen. Der ist mit dem Schuh nicht los, dann schon. Ja, ja. Okay, der Ding ist aber an der Panzer-Truck ist weg. Oh mein Gott, jetzt schießt der die Muni der Typ hier. Ja, das ist so schön! Okay. Fuck man, wo schießt das? Oh man! Oh man! Will jemand mit dem mitfahren? Ja, hier, hier, Maurice. Okay. Was hältst du von dem Lied? Klingt nice. Ich hab jetzt auch mal was ruhiges Mal gemacht. Ich hab so viel Stress. Rechts ist was, Flo. Wo? Wo hat das ganz viel? Nur wenn er aussteigt, kannst du dir das Geld füßt nicht. Aber ich krieg die erste Stecken, warte ich. Ich bin ganz bisschen grössicher hier. Für hinter dem Mauer, ey. Und die Schütz wird sicherbar sein. Kann man da hin, jetzt? Was ist das? Ne. Abmarsch. Da kommen ganz viele von, ähm, hinter dem Geld, muss ich sagen. Von hinter dem Haus kommt im Geld. Aus der Richtung. Aus der Richtung. Das ist ja ein bisschen mehr Klassiker für den Flug. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, passt. Nach der Richtung. Okay. Oh. Wooh! Ich hab' den Geld abgefangen. Hehehe. Oh. Boah. Du trägst Moped ab. Oben auf dem Dach, Flo. Dingbomb! Oben auf dem Berg ist einer. Boah, oben auf dem Berg. So willst du dir wieder Geld sammeln? Eine Tafel. Ja, fangen wir da vorhin. Sieh nur drauf, ne? Moment, Moment, Moment. Okay. Ich hab volles Geld. Ich hab voll aus dem Geld. Mein Ruder zum Heli, ich ruf dich heim. Oh, ich verlaufe, ich bin in der Rischen Tresor. Ja, komm her, komm her, komm her. Ich bin drin. Einfach zu fein, Tresor. Okay, danke. Wie langsamer abstürzt. Was kommt? Was kommt? Der ist zu hoch. Er ist zu hoch. Oh, da können wir ihn haben. Da kommt Spawntruck. Boah, hier ist kommt was über die Straße. War ein Panzerfahrzeug. Wo ist der? Der ist bei uns in der Nähe von Tresor. Okay, komm, wir fahren mal hinter dir jetzt. Ja. Wollen wir uns ein Geld mitnehmen? Hier liegt noch was. Äh, ja. Ich bin hinten, ich hab'n... ...Mach-Kar. Boah, das ist ein Schieb. War jetzt nichts, dann zu nichts. Jawohl, hab ihn noch. Oh, ich probiere ein bisschen... Oh, ich probiere ein bisschen... Der vorne, der Panzertruck kommt in. Ja. Der vorne, der Panzertruck kommt in. Ich bin übrigens Geld schnell weg. Du kriegst, warte, 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 stopp kurz, stopp kurz, stopp kurz. So. Na ja, ich... Bist du da hinter mir, ja? Nein, warte, komm, ich bin... Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, ja, die Kisse hierhin gefahren. Oh, ja. Oh, ja, das geht jetzt. Nee, super, super. Ja, super. Boah, da haben wir Glück gehabt. Da liegt Geld, Flo. Direkt hier vorne. Wo ist denn der in Heling? Oben auf dem Dach zieht jemand eine Granate davon. Boah, da müssen wir jetzt weg. Ganz schnell. Auf jeden Fall. So, ich geh schon mal raus. Biese. Weil das Geld, das ihr jetzt geklebt habt. So, mal sehen, oder? Ja, aber immer... Ich hab 3 mal gefahren, oder? Hast du dieselbe? Oh, hier ist der Heli. Ich bin dabei. Nicht mehr. Der ist weg der Heli. Ja. Wir kommen bei uns, bis zum Geld. Geld? Und noch? Immer noch einer. Ich hab ke summit. Ja. Links hinter der Hütte, links. Hinter der Hütte, links? Da wo ich hinschieße. Da ist noch einer. Boah, die sind ganz schön viel bei uns gerade. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Die haben auch ganz schön viel Geld geholt. Ja. Ja. Hey, raus Flo. Geht doch noch, geht doch noch. Auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn. Wir waren in der Mitte irgendwo, was gedacht, ne? Scheiße. Vielleicht wieder einer bei uns am Geld. Oh, irgendwie bringen die ganz schön viel Geld hier her. Und zu denen. Wo, hier hinter dem Busch noch, ne? Ist da. Wir haben mal kurz das Entdeckung. Haben wir zu uns. Shit. Nein, den hab ich aufgehalten. Ah, ich hab den, äh, erledigt. Muss aber noch Geld liegen bei uns irgendwo. Wo bist du? Jeep hier vorne. Hä? Das ist hinten gegen den Dings versteckt. Das sind Transport-Ehelie. Wo? Von links, von links, Flo. Boah, ist er knapp, Alter. Der Helie hat ihn verfolgt. Erfolgt mich immer noch. Ich geb dem Helikart bis hier. Der Helie ist Score. da ist noch alle minuten deswegen er läuft wieder nach so recht liegt auf geld vom links rum und das geld auf eben ja sieben stück ok mit irgendwo ein heli rum als sache auch Flur vom Berg sammle ich mich ein bitte naja ok ist nur ein Sniper stopp bleib stehen bleib stehen ok mach mal die Ausgänge die Eingänge zu Brandbombe 10 Sekunden da passiert nix mehr 1,2,1 aber stressig war es doch schon oh ich wollte ihn doch nehmen krass lustig 30 Alter kann man sich lassen oder? Alter na lol ok nice nice one nice one eine Map glaube ich geht noch ja eine mache ich auch noch vielleicht ne dann ja so eine Runde auf jeden Fall ja viertel nach neun kommt Top Gear langweilig mittlerweile Ah Yer wolltet ja nicht am Samstag kommen sonst hätte ich euch ne Runde mitgenommen du hast gesagt du weißt nicht warum du fahren kannst ja wegen deinen Bremsen ahähвиг few Mh mh Das hätt's schon gemerkt, ob ich fahren kann oder ned? Dass du fahren kannst, das schätze ich, das ahne ich Hab ich ein Gefühl Ich denke schon, dass du fahren kannst Dööööööö Schön, dass du mir soviel zutraust Er hat ein Tore Dwude Keiner bei mir mitfahren Shit Moment, löst hier nicht. Wisst ihr nicht? Wichtig, jama klar. Wie sich keiner anf Von hinten. Nicht mit mir. Der Kran kommt runter! No no wolfing out there. Run together and get the money. We're going to fire! Oha. Okay. Das sollte sicher sein. Baby! Wo sind die ganzen Gegner? Wo sind die ganzen Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Zack! Er hat einen rausgeschickt. Okay. Okay. Hä? Wo hat das Geld? Was ganzes Geld? Was liegt da für ein ganzes Geld? Eddie! Nimm's dir! Du kleiner Grabe! War aber nicht so viel! Wenn du nicht packst! 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 das schnell sammeln! Das ist die nur auf! Wollen wir mal zu denen in die Basis! Das ist fest, man! Alter! Woah! Fuck, was ist das denn da passiert? Ja der fängt einer ab! Einer fängt ab! Ja der Schmerz! In der Treppe ist ja! Ja ich sehe es! Oh mein Gott! Die sind bei uns dran, die sind bei uns dran. Ja, wir sind auf dem Weg dahin. Toll, ganze Geld. Oh, haben wir die. Habe ich umsonst geklaut. Und den habe ich. Gehen wir gleich zu denen, die sind hier unten im Fahrschulraum drin. Hier unten im Parkhaus ist noch irgendeiner. Oh, einer. Da sind viele. Die sind hier unten bei uns, ganz viele. Boah, scheißene Idee. In der Tiefgarage. Ja, Schild, bekann den denn hoch? Ich bin jetzt bei denen hier. Geile Sache, Jungs. Okay. Okay, dahinten steht das Auto. Der Fluchtwagen, komm, ich gehe zum Fluchtwagen. Hier lang, hier lang, hier lang. Wir haben Raketenwerfer. Okay, okay, okay. Das ist nur ein Zwei-Sitzer. Ich will nicht fahren. Ich laufe seitlich. Dann nehme ich den Raketenwerfer. Ich halte den Weg frei. Unten die Straße. Zack. Ja, du putest. Ah, den hätte ich gerne überfahren. Ja, das ist... Du musst ja eh die Waffe wechseln. Ah, Unfall. Oh mein Gott, du bist so schlecht. Das ist ein bisschen, was wir so nicht bewegen haben. Wir sind da hinten. Wir sind hier in der Aufzug kommen gerannt. Von der anderen Seite. Die sind wir aufzugruhen. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 17, 18, 20. Hier steht eine Spawn-Bake irgendwo. Ja, aber im Kran irgendwo ist die. Der umgefallen ist der Kran. Da muss sie irgendwo sein. Ja, ich hab hier schon einen gesehen. Ich glaub, der ist gut gespawned. Oh ja. Hier steht ein... Ich hab sie noch nicht gesehen. Hast du sie? Flo? Nee, noch nicht. Nee, Flo hat doch irgendwas gesagt, dass er einen hat. Ich hab den Spawn-Truck. Hast du ein Blatt gemacht, den Spawn-Truck? Ja, Loco. Gut. Ich glaub, die steht draußen irgendwo, die Spawn-Bake. Ich glaub, die ist irgendwo auf dem Kran eventuell aufgebaut. Alter, hier steht direkt einer neben denen. Der Cheeky. Geil. Mal wieder. Wie bei mir letztens. Ja, das war auch lustig. Ich such jetzt hier. Boah. Panzer-Track von denen. Okay, ich hab zwei Spawn-Bake erwischt. Wo denn? Außen. Ja, okay. Ich weiß, wie du es. Oh. Ich stand wirklich da beim Kran in den Leben schon. Boah. Ah, wie die. Ah, der musste sich selbst in die Luft jagen dafür. Keine Chance hatte der. Ich hab mal Mann-Stop-Munition dabei. Oh, Mann-Stop-Munition. Ja. Hui, ist hier noch irgendwo was? Nein. Heinz. Woll. Ist das echt alles zu? Nein. Komm auf'n Dach. Hm. Das gibt's ja bis dran. Wir sind bei uns am Gang. Oh. Das ist mir trotzdem zu gefährlich mit dir hier. Ich wollt grad sagen, ey. Klar, ich bin an der Kran gerade. Wir sind da am Tresor, aber... Wir sind hinter dir, Maurice. Sind ja hin, der Arsch. Oh, guck mal. Boop, 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 boop. Der Raketenwerfer ist oben, ey. Oh, scheiß Camper. Was gibt's doch? Überhaupt nicht. Boah. Ich sehe eine Polizei. Boah. War ja klar. Boah. Nehmt euch Geld. Wie dämlich. Was? Wo Geld aufsammeln? Oh, ja. Ich war bei dem Wagen nebenan, der umgeklebt ist. Ich stand dran. Dann hab ich alles ohne, warum ich kein Geld krieg. Das ist dämlich. Ich hab aber auch sein können, das ist... Wo ist der? Fuck, ich muss hier weg. Nein, hinter uns. Hier ist noch irgendwo einer. Boah, das war knapp. Oh, fuck. Ich hab's gehört, das war... ... ganz, ganz knapp. Ich hab's gehört, das war... ... ganz, ganz knapp. Ja, hier. Das war jetzt echt dumm. ... Zischen. Das war jetzt noch mal. Nein, nicht noch mal. Hilfe! Huh! Nein, der scheiß Müsse reiche. Hat mich jetzt ehemig hier. Der räumt auf. Der brenz. Wo bist du? Ah! Hier. Ich bin alle f***ig. Hilfe! Hier kommt der Feuerbomb! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich weiß nicht. Ich bin hier in den Wald. Das ist der Mann! Ding! 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 Ich bin hier! 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 Oh, wir könnten das hier nach Punkten lösen, wenn das so weitergeht! Ja! Nein! Ich bin hier! Ich bin hier! Du scheiße, wer das knappt. Money talks, gentlemen. Ich kann es für dich! Grab den Dropcash! Wir gehen da! Oh, ich hab Geld gefunden. Zwei Döller. Hier liegt irgendwo auf dem Kranachs Geld. Oh, ich bin da hin. Wo soll ich? Wow, da liegt echt die Geld. Wow, wo ist denn der Sniper? Oh mein Gott. Ich hol's mir. Ich kann da nicht hin. Ich kann da nicht hin. Hey, drin ist noch ein Sniperin gewesen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab ihn getötet. Hab das. So macht man das. Keine Person verschwinden. Ja, wir sind gleich da. Was ist der denn gestorben? Der ist in die Aufzüge rein. Nein, rausklaufen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nice. Nice. Schön, Jungs. Okay, das ist aufgesammelt. Ich würde sagen, die haben wir gefickt. Ich würde sagen, die haben wir gefickt. Vielleicht. Ich hab ihn auf dem Dach über dem Geld sind, welche. Ich geh wieder weg. Da ist einer runtergefahren. Da ist einer mit dem Fallschirm. So genau, ich seh nix. Alles voll, voll Augen, Augen, Fähnlas. Na, ein Sniper. Steht da. Und macht den Dach ein auf. im dach ist jetzt wieder safe xf nehmt euch geld im dach wieder, im dach wieder ich fahr gerade im dach, fuck oh der christian hallo ja auch we warst lange nicht nur auf der xbox online ne ja deswegen, deswegen bin ich ja im brenn fahr ne werde ich gleich auch machen wenn die anderen aufführen hier da wollen wir dann auch noch ne runde gehen, der macht nur mit ich glaub die rückrunde die gehen wir hier nicht wir wollen mal gucken was in der map kommt okay das ist bei mir genau so ach dolla, komm, da wird ja jetzt noch jemand, also ach gott was denn da da kommen sie, da kommen sie hoffentlich da 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 oh der hängt einfach da machst naaa die Dollar hängt fest die lecken hier so durchgehen wir bringen die letzten Dollar ich bin hinter dir Eddie hier ist schon einer was hat nicht genug noch 5 Dollar, ich hab 5, Eddie hat auch noch, wie viel hast du Eddie? Zehn. Ja, nice. Da ist der Sieg. Jungs! Das ist neu! Ich laufe! Feuerwerk! Ich muss ein Feuer unterrichtern. War ich da 300, 0? Nordwerk. Ist das 300, 0? Ja, die anderen haben wir in der Linie abgezogen, wir haben schon die Zehn, die sie hatten. Ja, Jungs, ich mach hier mal 300. Ja, ich auch. Ach, komm, schön, 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 schön. Aber gut. Okay, bis denn. Bis gleich. Tschüssi. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.